Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 18. Dezember 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 525 und ich habe die folgenden Themen mitgebracht. Gesichtserkennung, Spotify, Connect, Thudia, Thudia, wie man es auch immer ausspricht, OneNote, Downgrade und Sabotage. Ich beginne gleich mit der Gesichtserkennung. Damals als Apple Face ID vorgestellt hat, gab es ja immer wieder mal Versuche. Auch als Samsung seine Geschichte vorgestellt hat und bei anderen Herstellern genauso. Immer wieder probierend, Labore, aber auch Private diesen Möglichkeit des Entsperrens von einem Smartphone zu umgehen. Computer natürlich genauso. Bei gewissen Modellen ist es mit einfachen Fotos gelungen, bei anderen mit aufwendigen Masken, wo man dann aber schlussendlich doch nicht ganz gezeigt hat, wie und wo und sowieso. Jetzt hat man es nochmals untersucht und zwar Forbes. Und die haben gezeigt mit einem aufwendigen 3D-Druck, der mit 50 verschiedenen Kameras auf dem Kopf abgebildet hat und schlussendlich dann eben über einen 3D-Druck ausgegeben hat. Mit dem konnte man vier Android-Smartphones, namentlich sind das das LG G7 ThinQ, das Samsung S9, das Samsung Note 8 und das OnePlus 6. Die vier haben sich überlisten lassen von dieser Möglichkeit der 3D-Maske. Beim iPhone X ist das nicht gelungen. Liegt natürlich daran, dass Apple da die Messlatte doch deutlich höher legt mit diesen 30.000 unsichtbaren Punkten, die sie aufs Gesicht projizieren und dann diejenige Person ausfindig machen oder eben nicht. Spannend wäre jetzt noch gewesen, wenn man die aktuellen Huawei-Smartphones mit reingenommen hat. Die haben ja ein bisschen auf sich warten lassen, haben dann aber ein, sagen wir mal, Apple-ähnliches, wie es ja immer ist bei Huawei, ein Apple-ähnliches System auf den Markt gebracht, das doch ein bisschen stärker sein sollte. Das wäre wirklich spannend, wenn man das da auch noch mit reingenommen hätte. Ich meine, so ein LG, die schreiben ja selber schon hin, dass es nicht sicher ist, man es nicht nutzen soll. Und LG ist irgendwie leider ein bisschen ferner liefen mittlerweile. Aber ja, gehen wir zurück in die Vergangenheit und zwar ziemlich weit. 1989 kam heraus der Macintosh SE30. Einer unserer ersten Rechner, den wir hatten. Damals hat der irgendwie noch um die 6 oder bei uns knapp 8.000 Schweizer Franken gekostet, wenn ich es richtig im Kopf habe. 40 Megabyte speichere ich. Genau, ihr habt es richtig gehört. Megabyte. Und auf dem ist jetzt einem Bastler aus Australien gelungen, einen Spotify-Client aufzusetzen und davon dann auch Musik abzuspielen. Hut ab, wirklich cool. Klickt den Link in den Shownotes auf daily.geektalk.ch bei der GT 525 an. Da ist im Beitrag ein YouTube-Video drin, wie das ausschaut. Wirklich toll. Tolles Retro. Das gefällt mir extrem gut. Könnte ich mit meinem alten auch machen. Ich habe keine Zeit, leider. Apple stellt es ein, nachdem sie Ping, das soziale Musiknetzwerk, vor einigen Jahren schon eingestellt haben und dann doch ein Nachfolgemodell Connect gebracht haben, obwohl nicht ganz richtig Ping, da konnten sich ja die Leute vernetzen. Bei Connect war es so, dass Apple den Künstlern quasi eine Webpage, eine Plattform auf Apple Music geboten hat, wo sie Fotos, Texte, Videos und so weiter Kundenbindung quasi machen konnten. Das war anscheinend nie wirklich so zum Fliegen gekommen. Wird auf nächsten Mai 2019 eingestellt. Die Möglichkeit gibt es nicht mehr. Dann damals, mein erstes iPhone hatte ich direkt aus den Staaten. Eine Kollegin hat es mir und meine Frau gekauft und dann via Post zu uns geschickt. Und damals mussten wir noch auf den Sydia oder wie man den ausspricht, Store zugreifen, also auf den Jailbreak und hatten dann Zugriff über den Sydia-Store auf eben diverse Apps. Später kam er dann den App Store von Apple dazu, womit man dann auch Apps laden konnte. Wir brauchten eigentlich den Store eigentlich nie, nur die Möglichkeit des Jailbreaks, weil es das Gerät damals in der Schweiz noch nicht gab und ich es dennoch mit meinem Provider nutzen wollte. Dass das Ganze eingestellt wird, der Jailbreak, das ist ja schon länger klar, auch dass der Store eingestellt wird. Doch jetzt, parallel zu Google+, da gab es Sicherheitsprobleme und deshalb stellt man das Ganze früher ein. Und zwar ziemlich sofort, ist auch nicht ganz so schlimm, wie der Herr dahinter meinte, denn, ja, hat niemand mehr genutzt. Wieso auch? Die Apps sind ja allgemein vorhanden und weshalb Jailbreakern? Oder tut ihr das doch noch? Wenn ja, dann bitte Kommentare, E-Mail, Social Media. Ich würde mich da gerne ein bisschen weiter einfressen, weshalb ihr das noch tut. Wir gehen weiter zu OneNote für Windows 10 und den Mac OS. Da gibt es nämlich eine grössere Neuerung. Neu kommen die sogenannten Tags bald, also die Kategorien, die dann auch synchronisiert werden. Logisch, macht ja Sinn über die ganzen Geschichten. Und auf die freue ich mich schon sehr. Denn das macht das, ja, wie soll ich sagen, das Organisieren in OneNote deutlich einfacher. Obwohl, mittlerweile bin ich ja relativ faul. Ich habe nur noch relativ grobe Ordner, schmeisse alles rein. Die Suche vom OneNote ist ja mittlerweile richtig gut und findet eh das, was ich eigentlich möchte. Ohne, dass ich vorher noch die Zeit aufgewendet habe, das Ganze zu installieren. Gehen wir über nach Berlin zum AVM, der Hersteller der Fritzboxboxen. Die haben jetzt ein neues, cooles Feature oder eine coole Funktion eingebaut in den Labor-Versionen in den kommenden. Denn wer auf eine Labor-Version, für die, die es AVM nicht kennen, Labor-Versionen sind die Beta-Version, wer auf die Beta-Version geht, hatte vor relativ Schwierigkeiten, Schwierigkeiten nicht, aber man hat einfach einen gewissen Aufwand, um wieder zurückzukommen auf die Original-Version. Und je nachdem möchte man das, ja, obwohl die ganzen Labor-Versionen bei Fritz sehr, sehr stabil laufen, ist das nie falsch, wenn man die Möglichkeit hat, zurückzukehren. Und genau die haben sie jetzt eingebaut. Also man kann sein System wieder auf die letzte stabile Version zurückschalten, wenn man dann möchte. Somit wird natürlich die Hürde ein bisschen deutlich niedriger gelegt, es mal auszuprobieren. Und wer sich interessiert für eben neue Funktionen und vielleicht nicht gerade Frau und Kind an der Box hat, der kann oder sollte das Ganze mal ausprobieren. Macht immer Spass, neue Funktionen anzutesten. Und jetzt vom Guten kommen wir zum Bösen. Es wird Google vorgeworfen, systematisch unter anderem Edge und Firefox, natürlich auch Safari und Co. Opera auszubremsen. Das hört man ja immer wieder mal. Und jetzt ist wieder so ein ehemaliger Mitarbeiter aus dem Edge-Team hat bekannt gegeben, dass Google eben gewisse Dinge eingebaut hat, wie so kleine Container oberhalb des Webplayers bei YouTube, der andere Browser ausgebremst hat. Das komischerweise kurz nachdem Microsoft mit dem Edge gezeigt hat, dass Video auch schnell laufen kann. Und dann, ja, kurz was reinprogrammiert und kurz drüber später hat Google dann beworben, dass sie deutlich besser sind und die anderen ja gar nicht so schnell sind, wie sie meinen. Und ähnliche Geschichten gibt es ja immer wieder mal. Ich hoffe, die ganzen Geschichten sind nicht ganz so wahr, wie sie da drin stehen und generell man hört. Aber ich könnte es mir leider eben schon vorstellen. Google ist da, ja, don't be evil, nicht mehr oder so. Das waren es, die Neuigkeiten, die ich heute für euch habe bereit zusammensuchen können. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch morgen am Mittwoch wieder dabei seid. Derweil euch einen schönen und erfolgreichen Tag. Und ja, ich gehe jetzt mal doch schlafen. 10 Uhr, vorher packe ich das nicht. Euch einen schönen Tag. Bis dann. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.